Jo Leute und willkommen zu LTV Let's Plays. Es dauert nicht mehr lange, denn ist es soweit. Die Silvesternacht 2016 dauert noch genau 7 Stunden und ungefähr 30 Minuten. Ist ein Live-Countdown, falls ihr es lesen könnt, ist es der Live-Countdown, jetzt wo ich es aufnehme. Ja, und wir wollen doch toll ins neue Jahr mit LTV Let's Plays starten. Und einer von euch meinte, was ich machen soll und das mache ich jetzt auch, denn, was in der Beschreibung stand, stimmt auch, es gibt ein Gewinnspiel. Und zwar, hol ich mal raus. So, wir haben hier 2 Gewinner heute. Und zwar gibt es einmal zu gewinnen hier die Fähre von der WDR. Ja, also die WDR-Fähre heißt, schreibe ich auch nochmal unten rein, wie Kadammschiffsräderei. Es ist die Fähre Nordfriesland. Und ja, das ist der Hauptpreis. Kann mir jemand gewinnen, könnt ihr euch hinstellen. Finde ich ganz toll, ich habe die gleiche zu Hause stehen, die bockt eigentlich mega. Also, das sage ich schon mal, ist der Hauptpreis, die WDR-Fähre. Dann haben wir noch einen 2. Gewinner. Und der kriegt einen Magneten, und zwar nämlich das Wahrzeichen sozusagen von Föhr. Ähm, hier, die Möwe ist ein 3D-Magnet. Heißt, das sieht im Endeffekt so aus mit einem Flügel, als ob die wirklich fliegt. Und, ja, den Magneten kriegt denn der 2. Gewinner von euch. Ja, was müsst ihr jetzt machen, damit ihr die Nordfriesland-Fähre WDR oder die Möwe bekommt? Wie ihr daran kam, sage ich euch jetzt. Und zwar läuft es folgendermaßen ab. Um die WDR-Fähre, Nordfriesland, also den Hauptgewinn zu kriegen, oder die 2. Preis, eben, ähm, ja, den Magneten mit der Möwe drauf, das Wahrzeichen von Föhr, müsst ihr nur Hashtag Föhr in die Kommentare schreiben. Und müsst mir einfach nur reinschreiben, welches ihr denn von beiden am liebsten haben wollt. Euch hat das Video gefallen? Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Oder, ähm, ja, schreibt, wie gesagt, Hashtag, mit dem Hashtag Föhr in die Kommentare, was ihr am liebsten haben wollt. Entweder hier die Nordfriesland-Fähre von der WDR, da schreibt ihr dann einfach nur rein, ähm, sage ich jetzt mal WDR-Fähre. Und bei der Möwe schreibt ihr einfach nur, ähm, Möwe, ähm, Möwe-Magnet. Ähm, ja, wie gesagt, Hashtag Föhr und dann reinschreiben, was ihr möchtet. Und so kommt ihr an die Preise und so wollen wir auch in 2016 starten. Das Gewinnspiel läuft genau eine Woche. Das heißt, nächste Woche Donnerstag ist dann das Gewinnspiel um diese Uhrzeit, ähm, vorbei. Wie spät ist es denn überhaupt? Ähm, jetzt um genau 17 Uhr nächste Woche Donnerstag ist das Gewinnspiel zu Ende. Und, ja, dann werden wir Samstag, also nächsten Samstag, werden wir dann mal sehen, wer der glückliche Gewinner von der WDR-Fähre ist und wer der glückliche Gewinner von der Möwe ist, vom Wahrzeichen von Föhr. Sag ich bis morgen, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Haut rein und tschüss. Bis morgen zu LTV Let's Plays. LTV Let's Plays.